Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013, ja 2015 natürlich, mit dem Renni. Hallöchen Dino, willkommen in der Vergangenheit. Ja, so. 2015 war nicht so, wir sind wieder auf 2013 umgeschnitzt. Ja, voll lame das Spiel, ey. Das ist jetzt der 13er mit Grafikmod, sieht genauso aus. Ja, so. Jetzt kommen bestimmt in den Kommentaren, wo habt ihr den Mod her? Gehört. So, kannst du maximal fahren? 16 kmh. Ja, ich fahre mit der 3, also. Mal gucken, muss ich das hatten mal anmachen, oder? 14, 15, 16, so um die 3, ja. Aber das Krubern, das sieht echt geil. Alter, da hast du echt zu tun, hier die Spur zu halten. So nach links zieht, ey. Ja, ich wies auch nicht, denn ich hab mal Dings gefragt, Jacks, hier vom BCE, der hat ja eine ganze Weile bei Klaas gearbeitet. Und er hat auch gefragt, ob das normal ist, wenn hinten ein Fluch dran ist, oder ein Gruber, dass die Drescher dann leicht nach links oder nach rechts driften. Da meint er, nee, das durfte eigentlich nicht passieren, also. Hm, jetzt fährt meiner super gerade. Ja, lass mal los, da ist ein Helfer drin. Dann habe ich gerade eben auch passiert. Ich hab keinen Helfer, nein. Nein, nein. Der ist an der Köl, ey. Kleiner Schlawiner, die. Wir müssen doch fertig werden, Mensch. So, pass auf. Wenn's an dem hier Saatmaschine wird nix? Versuch's. Naja, versuchen wir's halt mal. Nehmen erstmal hier die neue, dass die auch schön schmutzig wird. Vollgetankt ist die, ja. Alles wohl. Wow, wow, wow. Da, das ist schon ganz schön zu tun. Ja, weil die Saatmaschine werden 100, na gut, das werden eigentlich nur 10 PS mehr benötigt. Na, aber guck mal, ey, die Saatmaschine, das ist schon ein ganz schönes Teil, ey, leck mich am Arsch. 100 PS werden halt benötigt. Ja. Oh, wow, 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 wow. Wicht vorne dran, ja. Alter. Also 6 km h schafft er beim Ansehen. Gehilft. So, check mal ein Tempomat ab. Steht auf 43. Okay. Dann schafft er nicht mehr. Das ist natürlich schon grenzwertig. Nee, das können wir nicht verantworten. Oh, jetzt sind wir bei 9 km h. Na gut, das Feld ist auch ein bisschen bergauf, bergab. Richtig, ich muss mal grad gucken. Naja, der Kuba hat die gleichen Voraussätze. Hm. Was sollen denn dann die kleinen Traktoren hier sein? Ja, sie sind, also man kann sie dafür nehmen, aber sie sind halt grenzwertig. Oh, das ist jetzt unerfällig, die Werbung, oder? Das ist ja unerfällig. Dann müssen wir wahrscheinlich doch eher düngen mit dem, oder beziehungsweise den Anhänger. Für den Anhänger ist es ja gut. Richtig. Wo ist denn den Dünger? Ach da. Alle sind alle. Dann düngen wir mal. Ist das andere Feld schon gedüngt? Nein, gar nichts. Hat mir erst gekauft. So. Warte mal, wo waren das? Das war da drüben. Würde es mal interessieren, dann muss ich mal reingucken, was äußert ihr von dem Spiel. Das stimmt, da muss jetzt ja drinnen die Uhr aufgehen. Weil eigentlich mehr Realismus kann man nicht haben. Das stimmt. Ja, sag mal so, wenn sich das jetzt, wenn sich der 15er dann wieder zum 17er noch weiterentwickelt, wisst ihr, wie geil das irgendwann mal wird? Naja, ich habe vorhin auch schon so überlegt, was soll in 10 Jahren mal sein, wenn 5 Teile später. Weil es war krass, also es war wirklich krass mal zu sehen, wo du den 2008er gespielt hast. Im Gegensatz zu jetzt, ne? Wahnsinn. Finde ich. Waren der Anfänger. Ja. Aber das hier ist schon jetzt, ja. Das krasse ist, dass wir in 10 Jahren werden wir dann sagen, äh, Alter, wie sah denn das aus? Äh. Das ist ja das Schlimme an der Sache, weißt du? Weil bei den 2013er hat man ja schon gesagt. Boah, geil. So. Huch! Hallo Harald! Guten Tag. Herzlich willkommen im Let's Play For Getter. Alles 2015. Bili oder was? Wir nehmen gerade auf, ja. Aber cool, ist das hier drin. Wir nehmen gerade auf, ja. Das sieht man auch immer, wenn wir im Aufnahmechannel sind. Da bin ich wohl gerade ein bisschen reingeplatzt. Das macht gar nichts. Da haben wir einen kleinen Special Guest. Zwar noch imaginär, aber wir haben ihn. Da kommt der Harald nochmal zum Schluss hier. Das gibt es ja wohl nicht. Ja, zum Schluss ist gut. Sechs Minuten. Achso, ja. Dann geht es noch länger. Ich gehe nochmal raus. Wie lange spielt ihr jetzt noch? Zehn, neun Minuten. Okay, ich komme da wieder. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das ist eine Granade, ey. Ich habe jetzt gerade überlegt. Ich habe jetzt auch so überlegt. Im Hintergrund war doch gerade irgendwas. Naja. Was ist denn das jetzt? PC? Oder? Du darfst noch stehen. Alter Verwalter. Der Harald. Ach, ja. Aufnahme. Channel extra. Und naja, gut. Na gut, der heißt ja nicht auf dem TS hier normalerweise. Nein. Basiert mal, Harald, weil es das ist. Basiert mal. Komm mit dem Alter. Hallo, was soll das heißen? So, ich hoffe, ich stimme jetzt hier das richtige Feld. Ja, ist gut aus. So, noch eine Bahn nach unten. Ach, das ist eigentlich allein diese Fahrspuren, die machen mich gerade so geil, ey. Das glaube ich gar nicht. Das glaubst du gar nicht. Ja, das hat schon immer so werden, oder? Ja, auch hier gerade auf dem Feld, jetzt siehst du halt schön die Fahrspuren wegen Dünger und alles. Das ist geil. Das ist schon ein bisschen schön. Weißt du, was du in der Saatmaschine eingestellt hattest? Das wäre das Frucht. Raps? Warum? Ne, ich frag nach, bevor wir Tiger machen. Ne, ne, Raps. Und wieder zurück zu Randy, die Felder. Haben wir ja dann noch ein Feld, oder? Ja, ja dann noch ein Feld, oder? Ja, ja dann noch ein Feld, oder? Ja, ja dann noch ein Feld, oder? 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 Nein, ich wusste, ich muss abbiegen. Ach, so. Und Leute, lacht mich bitte nicht aus, ich bin Navigationsgerätnutzer. In meinem Auto sagt mir das Navi immer, wo ich hinfahren muss, wenn es mal weiter weg ist. Aber bei der hat man weitergezogen, auf jeden Fall gesehen. Also für die Inaktion auf der Autobahn mit der Ausfahrt, da hätte der dich erschlafen können. Das sage ich dir. Warum? Weil ich einfach rübergezogen bin? Das war das Lippe am Samstag, wo wir zu Cheppy gemacht sind, ja. Nicht blinken und auf jeden Fall zieh dir an die Ausfahrt rüber, ey. Also das wäre bei uns fast schiefgegangen. Und bei mir war alles gut. Ja, aber bei uns nicht, Alter. Der Glicky hat geflucht, das liebst du gar nicht. So schlimm? Zu blöd zu blinken! So schlimm? So was sagt der? Ja, aber ohne Scheiß, es war trotzdem knapp. Ja, aber wie gesagt, ich habe es das übelst spät gesehen, dass wir da abbiegen müssen. Das ist der halb. Wo ist denn Harald jetzt in welchem Channel? Ach, das sehe ich. Ne, sehe ich gerade gar nicht. Ich habe bloß hier die Mitte offen. Also Lobby und uns sind fertig. Achso. Hörte, dass beim Dünger keine Nein-Effekte gibt's. Ne, das stimmt. So, bringen wir mal das Feld auch gleich noch mit. Das gehört auch uns, ja. Das ist schon gegrubbert. Nein. Entschwert denn, dass ihr zuletzt gehabt habt. Was denn? Ja, hier, wer die Felder zuletzt hat oder den? Ach so. Alter, ich vorbereite da klein. So ein Schlutrian. So. Bisschen Dünger sparen. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So. Zack. Hier noch einmal runter. Schaffen wir das? Wow. Speichern, oder? Äh, Screenshot. Ah. Du weißt ja, Dynamic. Hm. Kenne ich nicht. Na. Na. Hast du in deinem Auto kein Dynamic System? In meinem was? Deinem Auto. Warum? Ja. Gibt bestimmt irgendwas, was so heißt, ja. So, warte mal. Dünger gleich wieder auffüllen und dann hinstellen. Lassen Verbrauch. Die Hälfte, 50 Prozent für drei Felder. Ja, ist der teuer. Der Dünger, nö, nö. Dafür, dass wir hier auf E-Fach spielen. Ja, gut, weil wir auch ein bisschen vorankommen, so ist nicht. Richtig. In, äh, unseren Gruppenprojekt geht's dann ja mit Normal weiter. Hm. Oder schwer, je nachdem. Aber ich denke mal normal. Was im, im... Hm, hm. Project. Okay. Da nicht auf jeden Fall. Da machen wir's wie damals. Dann weder normal oder schwer, je nachdem. Also soll ja lang... So soll ja ein bisschen dauern. Tornenmodus. Der wäre. Traktor ist im Tornenmodus gerade. Ah ja. Beme gestellt. Nö, im Busch. Hm, hm. So, fahren wir den auch gleich wieder zurück. Wow. Die Hinterradlenkung sind ein bisschen träge. Ah, dieser Auspuffqualm, der macht mich immer noch geil. Also ich glaub, das ist so was von damaligen... Also, ach, geil. Bei dem frage ich mich, wie das dann bei den richtig großen Traktoren... Nee, da muss das ja awesome sein. So. Passt doch genau hier rein, Mensch. So. Dann können wir mal noch den Traktor vom Händler holen. Wie viel Kohle haben wir jetzt noch? Hm, 81.800. Hm. 81.100. 800. 800. Nee, 270, Entschuldigung. Also müssen wir hier mal einen Traktor kriegen mit 200 PS. Na, leck mich am Arsch. 200.000. Das wäre der Lamborghini. Muss aber schon eine Pille-Variante nach GM, oder? Nein. Hm? Nein. Der einzigste... Der hat dann 220 PS. So, warte mal. Der Rest alles unten drunter, oder was? Hm. So, warte mal. Gruber, Gruber, Gruber. Ah, das ist... Sind hier die Gruber? Hä? Bin ich hart. Sehmaschinen? Sag mal, bin ich besoffen? Wo sind hier die... Gruber? Gruber, so, der hat eine Arbeitsbreite von 3 m, der hat eine Arbeitsbreite von 4 m, 50 m, 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, oh nice. Boah, der mit Sprechenträger, ne? Naja, aber der mit 12 m braucht... Sind 300 PS empfohlen, und der mit 10 m sind 400 PS empfohlen. Ja, das ist der Schwerer von Arsch. Mhm. Das ist der ganz großer. 220 PS würde der Hollimann gehen, 6 m Arbeitsbreite. Der Gruber. So, ein Sehmaschinen. Also der New Holland hat auch noch 75 PS. Mhm. Fand ich auch ein bisschen komisch. So, warte mal, deine Sehmaschinen, wo waren die jetzt wieder? Drunter. 68, nee, das ist der falsche. 180 PS. Arbeitsbreite 6 m, die haben wir, Arbeitsbreite 3 m, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist der Kartoffelläger. Können Sie ja gerne mal eine Kommentare schreiben, benötigte Leistung, ist das jetzt wirklich die benötigt wird oder die empfohlen wird? Das wäre dann schon mal... Eine benötigte Leistung heißt, du brauchst die Leistung, um das Gerät zu bedienen. Weil dann müssen wir ja wirklich das ja extrem spät anfangen. Weil der Sehmaschinen hat 190 und dann gibt's ja hier der... Wenn die nur hollen, so schwach, 160 PS. Hm. Und dann durf. 220 PS, da eine Lambo, ja, dann gibt's ja noch den Vorbesteller-Lambo, den kriegst du dann ja später auch noch. Dann hier der Deutz, TTV mit 230 PS, ja, also 200.000 müssen wir für einen Traktor auf jeden Fall ausgeben. Ja, ich freu mich, was du dann... Wir müssen dann ganz genau schauen, für was wir welchen Traktor nehmen, gell? Das ist nicht mehr einfach so jetzt hier. Ruf mal, mach mal. Ja, also... Auf jeden Fall, meine Freunde, wir sind erst mal fertig. Wie gesagt, jetzt müssen wir zum Likestream. Das wäre ich ein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch Randy's Kanal. Und wir sind lasst mal raus. Däumchen nicht vergessen, ne? Tschüss. Tschüss.